Musik Wieder bei der Campus Challenge. Ich vermisse immer noch Jelena und suche jemanden, der gegen mich antritt. Und Maria war so nett, sich bereit zu erklären. Ich habe ein bisschen Angst, dass sie auf mich zugekommen ist und gesagt hat, alles klar, Campus Challenge mache ich mit. Das klingt nach jemand, der es wirklich mit mir aufnehmen will. Was machen wir denn als Challenge? Gute Frage. Also ich habe ein paar Ideen gehabt, aber wir sind jetzt an der Uni. Und es wäre schon vielleicht Abidurchschnitt, der beste Abidurchschnitt zu finden. Beste Abischnitt, das ist gut. Wird ja immer schwieriger mitgenommen. Das machen wir. Und als Strafe, ich würde sagen, so zwei Minuten müssen eigentlich reichen. Sind ja genügend Erstis da. Sie sich noch an Ihren Schnitt erinnern. Als Strafe machen wir, der Verlierer muss eine Abiaufgabe lösen. Oh oh, also jetzt muss ich leider gehen. Ne, 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 du bleibst hier. Quatsch. Challenge accepted. Hallo, darf ich Sie was fragen? Welchen Abischnitt haben Sie? 3,5. 3,5? Danke. Darf ich euch fragen, was war Ihr Abischnitt, ma? Nein. Nein? Ja, 1,9. 1,9? Alles klar, danke. Am liebsten würde ich mich selbst fragen, nämlich habe ich 1,7. Mich kann ich auch mitnehmen, aber das darf ich nicht. Deswegen frage ich. Hallo, Entschuldigung, wie ist Ihr Abischnitt? Wie groß? 1,7? 1,6? Kann ich gar nicht sagen. Okay, dann laufe ich weiter. Dankeschön. Darf ich euch fragen, was euer Abischnitt war? Ja, es ist 2,6. 2,6? 2,4. Sehr schön. Guten Tag, darf ich Sie was fragen? Welchen Abischnitt haben Sie? Abiturdurchschnitt? 1,0. 1,0. Können Sie mit mir bitte zwei Minuten hierbleiben, weil ich jetzt eine Campus Challenge mache und ich musste den besten Abischnitt finden. Entschuldigung, darf ich euch fragen, wie euer Abischnitt war? 2,2. 2,2. 2,3. Danke. Und Sie habe ich gefunden. Ich habe direkt einen Termin, aber Sie werden hier bestimmt noch mehr schlaue Leute finden. Meinen Sie, zwei Minuten haben Sie nicht? Nee, zwei Minuten habe ich auch keinen Fall. Das tut mir wirklich leid. Dankeschön, ab Wiedersehen. 2,2. Für mich auch. 2,0. 2,0? Ich habe noch keine Abischnitt. Ah, okay. Abiturschnitt. Oh Gott, das ist lange her. Okay, aber trotzdem? Ich mache mir nur zwei. Ah, nein, zwei. Aber gut gemacht, danke. Wie viel Zeit habe ich noch? Hast du gerade zwei Minuten Zeit, um da zu bleiben? Eigentlich nicht. Zwei Minuten. Okay, zwei, Null habe ich. 1,9. Darf ich mit dir bitte zwei Minuten da hängen bleiben? Zwei Minuten nur, bitte. Meine Damen haben 1,8 und 1,9 Durchschnitt. Wie, du hast zwei mitgebracht. Das war nicht ausgemacht. Du musst dich jetzt schon für einen entscheiden. Okay, dann entscheide ich mich für eine 1,8. Okay, naja gut, das hätte beides gereicht, was du hast. 2,0. Ja, trotzdem super Abi, aber für mich hat es nicht gereicht. Ja. Das heißt, du hast gewonnen und ich lese jetzt mal noch eine Abi-Aufgabe. Es hat ein Kuss. Wie viel Rand muss ich lassen? Ähm, genau, das reicht mir. Jetzt aber los. Du kannst du auch. Also ich bin eine ganz strenge Lehrerin, normalerweise, aber heute mache ich auch Ausnahmen und du bekommst 1,3.